So, da bin ich wieder. Das war eine ganz kleine Kleinigkeit, die ich übersehen habe. Der Schock. Der hilft nämlich, das Ruder zu verlängern und dann voranzukommen. So. Und jetzt darf das funktionieren. Ich habe den Palazzo Celeste ohne Malheur erreicht. So, okay. Ähm. Fallgatter. Ja, und dann müssen wir da durch. Ah, da ist ein Kot. Na, klasse. Eine gusseiserne Kette. Wahrscheinlich ein Teil des Hebemechanismus des Gatters. Da haben wir irgendwo 1800 noch irgendwas, oder? Da stand doch was auf der Uhr. Da sind zwei Gravuren im Ohrengehäuse. Okay. Was so eine dämliche Klingel. Ich muss sagen, die Jäze sind echt etwas seltsam. Die aus dem letzten Teil fand ich irgendwie ein bisschen besser. Ich kann etwas Knirschen hören, aber das Gatter rührt sich nicht. Es muss irgendwie blockiert sein. Man kann sehen, dass der Palast baufällig ist. Ja, da ist ein Stein. Der Stein, der den Mechanismus blockiert hat, ist runtergefallen. Was für eine bizarre Orangerie. So eine mystische Atmosphäre. Da sitzt einer auf dem Podest wie ein Herrscher auf einem Thron. Ich vermute, das ist Graf Saint-Germain. Ja, und das hier ist der Titelbildschirm, wenn ihr das gerade mal so seht. Das ist der Titelbildschirm, den man sieht, wenn man das Spiel startet. Die Feuchtigkeit im Garten hat die Skulpturen ruiniert. Die Pflanzen haben hier wirklich gute Bedingungen, um zu wachsen. So. Oh, Teich. Ach, wieder eine Gießkanne. Wisst ihr noch, beim ersten Teil musste ich auch was mit einer Gießkanne machen. Und ich bin nicht darauf gekommen, dass ich dieses blöde Ding abschnipsen muss. Gießkanne, Schüssel. Probieren geht über... Ja. Wasser. Probieren geht über... So, wenn wir jetzt im Wasser sollen, wahrscheinlich irgendwie... Denk nach... Die Samen gießen. Geht nicht. Und Samen in die Schüssel. Das ist keine gute... Okay. Ähm, Wasser haben wir jetzt auch. Können wir hier noch irgendwas machen? Ich schau jetzt mal nach. Nein. Und hier? Oh, tatsächlich. Was ist das denn? Pflanzen, Rasen. Okay. Aha. Handschuhe. Und da liegt eine Tonscherbe, aber die brauchen wir wohl nicht. Hm. So. Ja, ich werde ja besser. Die Feuchtigkeit im Garten hat die Skulptur... Den Spruch kennen wir schon. Wer? Wer? Wer hat sein Leben genommen? Ich habe ihn nicht gesehen. Der Killer ist verschwunden. Er hat sich einfach in Luft aufgelöst. Oh, es war ein Geist. Es tut mir leid für Sie. Aber warum geben Sie mir die Schuld? Ich hätte selbst getötet werden können. Es geht absolut nicht um Sie. So viele Stunden sind vergangen und wir wissen immer noch nichts. Ist die Polizei bei den Festlichkeiten? Man kann von der Polizei eh nichts erfahren. Das Einzige, worin Sie gut sind, ist immer wieder dieselben Fragen zu stellen. Wieder und wieder. Diese feigen Assassinen ärgern und beunruhigen mich. Sie wollen mich in den Wahnsinn treiben. Warum das? Wenn ich nur das Gesicht des Mörders sehen könnte, dann würde ich es vielleicht verstehen. Das lassen Sie besser. Sie wollen erreichen, dass ich vor meinem eigenen Schatten Angst bekomme. Sie wollen, dass mein Gehirn vor Wut kocht. Aber genug davon. Ich habe Sie noch nicht einmal anständig begrüßt. Ich bin Graf Saint-Germain. Sylvie Leroux. Sie sind sogar noch hübscher als auf dem Foto. Wie sind Sie an das Chronometer gekommen? Ein sonderbarer Fall in der Tat. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie er mir in die Hände gefallen ist. Können Sie nicht oder wollen Sie nicht? Ich erinnere mich einfach nicht. Meine Erinnerung ist in kleine Stücke zersprungen und jedes ist in eine andere Richtung geflogen. Ich kann Ihnen nicht wirklich folgen. Ich hatte einen Unfall. Ich habe einen Flugzeugabsturz nur knapp überlebt. Hier. Briggs' Chronometer. Habe ich Sie richtig verstanden? Briggs? Yep. Benjamin Spooner Briggs. Aha. War der Kapitän der Mary Celeste, die am 4. November 1872 New York verlassen hat. Und einen Monat später 400 Meilen vor Gibraltar verlassen aufgefunden wurde. Wollten Sie mich testen? Sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Schön zu hören. Was nun? Konzentrieren wir uns auf die Entdeckung der Mary Celeste, ja? Sie gingen an Bord. Der Kapitän, wie hieß er noch? David Morehouse? Morehouse. Er ging an Bord des leeren Schiffes. Keine Seele in Sicht. Der Tee war immer noch warm. Quatsch. Ein paar tausend Meilen reichen, um den Tee ordentlich abzukühlen. Ein paar tausend? Was ist das für eine Theorie? Warum nicht, frage ich. Sehen wir einfach mal, was wir hier haben. Sie verließen das Schiff, weil der Alkohol, den sie transportierten, kurz vor der Explosion stand. Piraten. Tsunami. Und ein Koch, der die Mannschaft vergiftet hat und dann über Bord gesprungen ist. Wie viele Schmierfinken haben sich damit schon ernährt? Niemand hat bisher das Mysterium um die Mary Celeste gelöst. Dieses Chronometer. Dieses Chronometer. Es bringt uns näher zur Lösung. Und zwar unbestreitbar. Ich bin ganz ohrgraf. Es wurde nicht auf dem Schiff gefunden. Nicht? Briggs hat es in New York gelassen? Ich sollte eher sagen, in Marion, wo er gelebt hat. Aber nein, nichts dergleichen. Der Kapitän hatte es auf der Reise bei sich. Also hat Briggs überlebt. War alles nur ein Schwindel? Wollte er sich eine Entschädigung erschwindeln? Er hätte auf seine Frau hören und diese Eisenwarenhandlung in New Bedford aufmachen sollen. Er hätte dann nie seinen makellosen Ruf, den er zu Lebzeiten hatte, verloren. Sie haben recht. Dieser Mann hätte sich nie zu einem Betrug herabgelassen. Da stimme ich Ihnen zu. Was das Chronometer angeht, es war lange Zeit Teil meiner Sammlung. Das mit dem Unfall tut mir leid. Das muss es nicht. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, war ich nach dem Unfall überzeugt, dass Unsterblichkeit etwas ganz Normales sei. In einem Krankenhaus? Wie paradox? Präzise. Der Partikel, der dieses Stückchen Information enthielt, schwebte weit, weit weg. Zu schade, dass er wiedergekommen ist. Wenn ich Sie richtig verstehe, leiden Sie an Amnesie. Wie sind Sie da nach Hause gekommen? Blutsorger finden immer einen Wirt. Glücklicherweise bin ich reich. Andernfalls wäre niemand aufgetaucht. Warum wollten Sie mich sehen? Ich besitze ein Objekt. Ein wertvolles, hoffe ich. Aber das kann nur von jemandem wie Ihnen bestätigt werden. Einem Profi. Wo ist es? Es handelt sich um die Planke auf dem Tisch. Die rissige Farbe, die Sie sehen, verdeckt vielleicht ein authentisches Zeichen oder eine Inschrift. Ich werde mein Bestes geben. Darf ich die Sachen verwenden, die ich brauche? Es steht Ihnen alles hier zur Verfügung. Ich gehe wieder an die Arbeit. Dann bis bald. Graf Saint Germain. Was soll ich von ihm halten? Eine charismatische Person, aber gezeichnet vom Leiden. Hm. Interessant, interessant, auf jeden Fall, muss ich sagen. Langes Gespräch mal wieder. Wir sollen uns die Sachen suchen, die wir brauchen. Ein Meister der venezianischen Schule wird unter solchen Bedingungen aufbewahrt? Mhm. Schlimm hier. Oh, die braucht wurde. Ein gleichmäßig üppiger Garten erstreckt sich draußen vor dem Fenster. Da ist diese Planke. Obwohl die Planke nicht sehr interessant aussieht, könnte sich etwas Außergewöhnliches unter der rissigen Farbe verbergen. Das wird nicht funktionieren. Hm. Ein Haufen Müll. Naja, aber was Nützliches war ja doch dabei. So. Handschuhe. Die Handschuhe sehen nicht neu aus, aber... Sie sind heile. Und deswegen... Denk nach, Sylvie. Denk nach... Ein Teil einer Inschrift. Ich muss den Rest freilegen. Ah. Denk nach, Sylvie. Denk... Denk nach, Sylvie. Eine alte Bürste. Nützlich für Reinigungsarbeiten. Hm. Ein Container mit Lauge. Eine extrem ätzende Substanz. Hm. Muss ich das irgendwie mischen? Hm. Lauge-Kademie. Ein Behälter mit Lauge. Die Handschuhe sehen nicht nur... Ja, dann ziehen wir an. Zuerst sollte ich den freilegenden Teil schützen, damit er nicht durch die Lauge in Mitleidenschaft gezogen wird. Okay. Da kommt jetzt der Pinsel und... Genau. Die Farbe ins Spiel. Ähm. Die freiliegende Inschrift ist geschützt. Jetzt brauche ich eine starke... Starke Chemikalie, um die Farbe zu lösen. Ich habe die obere Schicht der Farbe gelöst. Hm. Nun ist es Zeit, den geschützten Teil der Planke freizulegen. Vielleicht wieder abkratzen. Ah. Mary Celeste. Fantastisch. Das muss der Rest von einem Rettungsboot von diesem aufgegebenen Schiff sein. Gerade die Planke finden wir. Ein Teil der Planke trägt die Inschrift Mary. Ja, dann sagen wir ihm das mal, ne? Ich werde zu gut, glaube ich. Ich bin echt stolz auf mich, muss ich sagen. Ihr wisst ja, wie schlimm ich in Testament of Sin... Ich habe alle 20 Minuten in die Lösung geguckt, weil ich überhaupt nicht vorangekommen bin. Aber jetzt, jetzt geht es, oder? Die Räte sind einfacher. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu denkt. Das wäre cool. Also, was halten Sie davon? Exzellent. Es ist wieder Mary Celeste. Hat denn alles mit diesem Schiff zu tun? Das ist gut möglich. Woher haben Sie dieses Stück? Ich habe es von einem Antiquar in Kairo gekauft. Es muss ein Stück von einem vermissten Rettungsboot sein. Es gibt also weitere? Ja, ich hoffe, ich kann alle erstehen. Okay, dann fragen wir ihn mal, warum er das eigentlich sucht. Warum haben Sie diese Suche begonnen? Wegen einer Vorahnung. Einer Vorahnung auf ein großes Mysterium. Eine fundamentale Frage. Und die Antwort? Wenn es eine gibt, wird sie auch fundamental sein. Wie lautet also die Frage? Sie fragen zu viel. Ich will mich nicht selbst zum Narren machen. Ich habe bisher nur wenige Hinweise. Hm, okay. Geschichte der Kiste. Und was können Sie mir über die Kiste von Ponce de Leon sagen? Sie wurde in Venedig aufbewahrt. Zuerst in der Skorola und dann möglicherweise hier. Wir sind also nicht zufällig hergekommen. Es gibt keine Zufälle. Was wir für einen Zufall halten, ist nur ein Ereignis, dessen Ursache uns nicht bekannt ist. Was ist mit der Kiste passiert, als sie von hier verschwunden ist? Was denken Sie? Briggs hat sie mitgenommen. Genau. Sie sind ziemlich erstaunlich. Ja, es war ja irgendwie leicht zu erraten. Briggs, Geschichte, fragen wir mal nach. Drei Objekte, die zusammen mit der Besatzung der Mary Celeste verschwunden sind, wurden gefunden. Das Chronometer, die Kiste und das Rettungsboot. Was bedeutet das? Dass sie nicht gestorben sind. Zumindest nicht alle von ihnen. Irgendjemand, vielleicht sogar der Kapitän selbst, ist zurückgekommen. Es wäre aber sehr seltsam, wenn er die ganze Zeit nach seiner Rückkehr im Verborgenen gelebt hätte. Er ist sicherlich nicht mit seiner Frau und seiner Tochter zurückgekehrt. Diese drei hätte man leicht erkannt. Sein Sohn und seine Mutter sind in Marion geblieben. Ich kann nicht glauben, dass weder der Kapitän noch seine Frau sie nicht hätten sehen wollen. Was wäre, wenn Mr. und Mrs. Briggs etwas unglaublich Wertvolles entdeckt hätten und es nicht hätten preisgeben wollen? Es war eine ehrbare Familie. Jeder, einschließlich ihnen, ist der Meinung, dass Briggs ein sehr verantwortungsbewusster Mann gewesen ist. Das stimmt. Vielleicht hat er eine wichtige Entdeckung gemacht, musste sich aber verstecken, weil er verfolgt wurde. Von wem? Von jemandem aus seinem Gefolge. Von einem Mannschaftsmitglied zum Beispiel. Okay, also er meint, dass zwei überlebt haben und vielleicht sogar der Kapitän selbst und er verfolgt wurde von jemand anderem, wahrscheinlich irgendwann umgebracht wurde und deswegen das ganze Kram verloren gegangen ist. Und jetzt fragen wir nochmal, wo er denn hin wollte. Was stand auf dem Spiel? Was war die Motivation hinter diesen ganzen Unternehmungen? Die Reise der Mary Celeste hatte ein geheimes Ziel. Und das war definitiv nicht, Alkohol über den Ozean zu bringen. Okay, dann spekulieren wir mal darüber. Ich bin verwirrt. Alles, was wir diskutiert haben, ist reine Spekulation. Wir haben keinen unwiderlegbaren Beweis. Wissenschaftler und Entdecker können in zwei Kategorien eingeteilt werden. Die erste Gruppe baut gründlich und gewissenhaft, aber nur auf solide Fundamente. Die zweite Gruppe besteht aus Abenteurern. Begierig sogar, die lächerlichsten Theorien zu überprüfen, wenn sie das Gefühl haben, es könnte etwas Wahrheit darin stecken. Sie gehören nicht zur ersten Gruppe, oder? Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Versuchen Sie, mich zu beleidigen? Ganz im Gegenteil. Für mich ist das ein Vorteil. Darum wollte ich Sie sehen. Äh, ja, ich bleide mich auch mal gerade. Ich hoffe, ich bin Ihren Erwartungen gerecht geworden. Hören Sie mir zu. Ich bin von Ihren Fähigkeiten und von Ihrem Wissen beeindruckt. Sie zeigen die Talente eines echten Entdeckers. Ich stelle Sie als meine Expertin ein. Ihre Expertin? Expertin für was? Für die Mary Celeste. Sie werden das Mysterium um das Verschwinden der Mannschaft unbestreitbar lösen. Ein für alle Mal. Ich fühle mich geschmeichelt. Das ist ein unglaublich ambitioniertes Vorhaben. Ich werde für Ihre ganzen Unkosten aufkommen. Und was das Honorar angeht, was würde Sie zufriedenstellen? Lassen Sie mich überlegen. Lassen Sie uns beim Einfachsten anfangen. Die Exklusivrechte an dem Buch über dieses Thema. Natürlich. Zugang zu allen wertvollen und antiken Objekten, denen wir während des Unternehmens begegnen, sowie die Exklusivrechte, diese zu untersuchen. Klingt vernünftig. Einverstanden. Und nun zum Wichtigsten. Ich bekomme ein Zehntel von diesen Relikten und habe ein Vorkaufsrecht, wenn es um den Rest geht. Wenn man Ihre potenziellen Erfolge in Betracht zieht, scheinen meine Rechte an meiner Investition recht beschränkt zu sein. Ich glaube, dass mein Angebot fair ist. Ich erhalte nichts, wenn ich nichts erreichen kann. Ich riskiere, mit leeren Händen dazustehen. Sie haben noch etwas im Ärmel. Sie können in jedem Fall ein Buch darüber schreiben. Ich habe das Gefühl, dass Sie auch noch etwas im Ärmel haben. Es geht nicht nur um die Mary Celeste. In Ordnung. Einverstanden. Aber ich habe auch eine Bedingung. Lassen wir die Kiste außen vor. Die gehört mir. Okay. Er will also die Kiste haben. Was erwarten Sie in der Kiste zu finden? Haben Sie sie genau untersucht? Sehr genau. Und? Bitte behalten Sie es derweil für sich. Ich hatte noch keine Zeit für eine ordentliche Untersuchung. Was haben Sie gefunden? Sagen Sie es mir. Unter dem doppelten Boden habe ich ein Manuskript gefunden. Möglicherweise die Notizen von Ponce de Leon. Aufbereitet als Bericht für das Casa de Contratación. Ich wusste es. Ich wusste, dass etwas darin versteckt war. Erzählen Sie bitte weiter. Was steht in seinen Notizen? Er berichtet über seine Reise von 1513, während der er Florida entdeckt hat. Gibt es irgendetwas, irgendetwas Neues in Bezug darauf? Etwas, das nicht in anderen Quellen enthalten ist? Ja. Er erwähnt das Bimini-Atoll, wo der Jungbrunnen sein soll. Hat er es erreicht? So habe ich es verstanden. Ich muss das Manuskript haben. Nein, ich muss die ganze Kiste haben. Gott weiß, was noch darin gefunden werden kann. Ich befürchte, das ist unmöglich. Okay, ja, ist gut, der Museum, ne? Die Kiste ist Eigentum des Museums. Sie werden sie für mich besorgen. Ich kann vor denen nicht als ihr Agent auftreten. Die haben mir einen Auftrag erteilt und den muss ich zu einem Abschluss bringen. Zu den Bedingungen, die ich mit denen vereinbart habe. Nein, Sie arbeiten jetzt für mich. Wie bitte? Bin ich plötzlich zu Ihrem Eigentum geworden? Sie sind meine Expertin. Sie können nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Dann gehe ich zurück nach Frankreich. Bitte. Sie wissen nicht, was Ihnen entgeht. Und ich weiß nicht, was mir entgeht, wenn ich nicht bleiben würde. Ja, der ist ganz schön eingenommen, Inhalt der Kiste. Warum bestehen Sie so darauf, die Kiste zu bekommen? Ich will sie nur untersuchen. Ich kenne den Inhalt, obwohl ich nicht ganz sicher bin, ob das alles ist. Da war ein Manuskript, eine Pistole und ein Ausgießer. Ja, der Rest eines Kruges. Ich habe eine Kopie davon. Stimmt. Der Krug ist auf der Liste. Wissen Sie, wo sich der Krug zurzeit befindet? Ich kenne einen Mann in Kairo, der ihn vielleicht in seinem Besitz hat. Wer ist er? Ah, sehen Sie? Sie sollten nicht auf den Fall verzichten. Ich sollte nicht auf meine Prinzipien verzichten, wenn ich weiter in diesem Beruf arbeiten will. Sie haben eine Menge herausgefunden. Ich schätze das. Aber Sie werden ohne mich nicht weiterkommen. Ich habe heute den Ort, in der Skuola gefunden, wo die Kiste jahrelang aufbewahrt wurde. Das haben Sie? Und was war dahin? Ein paar seltsame Samenkörner. Und wo ist dieses Geheimversteck? Rechts vom Eingang, unter einer absurden Inschrift auf zwölf Platten. Ja, ich erinnere mich daran. Die Platten können bewegt werden. Ich habe es geschafft, sie zu einem ziemlich geschmackvollen lateinischen Spruch zu sortieren. Gut, gut. Und wie lautet er, wenn ich fragen darf? Reichlich hast du bekommen. Gebe reichlich. Wie erleuchtend. Das Relief auf dem Boden macht mich neugierig. Mich auch. Es scheint unfertig zu sein, als ob es noch irgendwie verändert werden müsste. Erwarten Sie hier auch ein Geheimversteck zu finden? Es ist wahrscheinlich, dass die Samenkörner aus der Skuola di Santa Croce hierher gebracht und versteckt worden sind. Vielleicht sind sie immer noch an Ort und Stelle. Sie haben sie nicht in der Kiste gefunden, oder? Nein, habe ich nicht. Da Sie sich so gut mit Verstecken auskennen, könnten Sie es nicht hier einmal versuchen? Nun, ich bin nicht in Eile oder so. Ich muss mir das Ornament genauer ansehen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass der Kreis in der Mitte defekt ist. Ja, und einige Steinstückchen liegen in der Ecke. Eine schlampige Arbeit, muss ich sagen. Ich gehe wieder an die Arbeit. Dann bis bald. Der kommt mir wie so ein Irrer vor. Sehr, sehr seltsamer Kerl. Dass sie sich echt auf den einlässt. Hm, interessante Bodendekoration. Aber das Muster auf den Ringen ist chaotisch. Seht ihr schon, was da rauskommt? Ich sehe es schon. Der Baum kommt da raus. Es fehlt ein Stück in der Mitte. Das ist keine gute Idee. Mhm. Probieren geht über studieren. Es fehlt ein Stück. Okay. Das ist keine gute Idee. Und deswegen kann ich es nicht da gehen, oder was? Was ist das denn? Kann ich das irgendwie aufmachen? Nee. Geht nicht. Ja, das sehe ich schon. Dass es irgendwie nicht geht. Hm. Okay. Also irgendein... Stück fehlt. Ich schaue da einfach mal. Stücke von Steinplatten, zerbrochene Keramik. Alles zusammen eine kleine Müllhalde. Und da in der Mitte das Stück, was ich brauche. Ganz einfach. Kann ich jetzt drehen? Jetzt ist das Relief komplett. Aber das Muster auf dem Boden ergibt keinen Sinn. Und rücken kann ich da auch nicht. Ach, jetzt kann ich auf einmal drehen. Okay. Okay. Die drehen sich irgendwie mit. Wenn ich das in der Mitte drehe, drehe sich das. Wenn ich das drehe, drehe sich das. Hm, das stimmt alles außer die Mitte. Super. Hm. Hm, total blöd. Äh. 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 Äh.